Mal Bist du zu schwer nee ich bin dann mal neben gesprungen erst Du lässt mich ja in den Löcher fallen Und dann soll ich dich massieren So Und noch mal Oh 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 Dann ist er dann weg Ich weiß weil ich gerade einmal Ja Ich bin bereit Ich bin auch bereit Oh Katsch Ja ich würde sagen wir würden jetzt gleich hier aufhören Vielleicht können die Leute Für uns ja unter Video mal schreiben Einmal noch Einmal machen wir Mal drunter setzen Wie wir vielleicht das setzen könnten Das ist eigentlich schon die richtige Lösung Wir müssen nur mal gucken halt dass wir die Ähm Zeit abstimmen Vielleicht hat er jetzt eben das bei den anderen ja auch gehabt Dass ich immer Wo ich immer in den Kreis gegangen bin Ja Ich hab's Ja Ich hab's Wenn du hier losst und kommst wieder hier hin Ja 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 Mal gucken Wie wir als erstes machen Guck mal Bo Bo Ja Bo 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 ihr müsst also hier kannst du kein blaues machen kein anderes sie rot fahre jetzt mal den würfel 1 davor hier auf den hier auf den ersten feld was auch wieder mit den strahl spiel was hat denn jetzt muss ich umbehalten jetzt nichts was hier gerade nichts weiß ich auch mal weiter was sich verändert hat guck mal vielleicht in der kanzel da wo der computer drin steht und so beruf nah aus hatte ich lass mal kurz hatte dann der propeller geht da nicht mehr ja das könnte passen warte mal ein rotes hin und dann guck mal dass du irgendwie wieder da runterspringst da hinten wieder runter auf dem tempo kommt und dann fliegst du zwischen die rotoren anscheinend her wenn ich die jetzt hochhalte hinter die rotoren wahrscheinlich ich halte ich tue erst in der festhalten dass sie nicht mehr weitergehen ich soll dir vertrauen ja mag das mal warte ich nehme jetzt hoch ich schwöre wird mich tot hier karte schenken du bist dann nächst mal hier in köln du kriegst einen dicke fetten eis von dir ne das kriegst du sowieso ja kannst du es wegen ja super jetzt trist du es noch nicht oder wie machst du gut jetzt muss ich auch noch nie wieder rüber kannst du ihn loch machen das problem ist kann hier keine löcher bauen kannst du nicht auch nicht geradeaus ja scheiße das heißt hier drüben ganz richtig weil ich will hier durch die gitarren muss schütter mach mal den venti wieder an was er jetzt schwer dreht kannste soll wieder zurück kommen das ist das doofe oder ne ne aber jetzt gleich testen warte das ist ja wahrscheinlich dass es ist das ist ja mal ein bisschen propeller wäre jetzt zu machen ja ich gucke mich nur kurz hier oben ja ich gucke ja mit mach mal aus versuch mal hin auf den ja da ist gut jetzt muss er einen bei dir setzen in dem raum ja das problem ist wenn ich jetzt mach mal venti an geht ja wieder weg ja das ist gut gucke auf ja 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 Ups. Er kommt wieder in die Uhr. sonst bringe ich hier mal um und kommst dann wieder hier rüber dann machen wir es gleich noch mal und wir wissen ja dann einen punkt hier okay ich bin doppelte eis von kater schön so einmal ein loch muss man hier lassen gut das ist auch da wo ich hin kann das rote lasse ich dir gleich aber lass uns das mal von hier gucken ob wir irgendwo möglichkeit haben da noch einen punkt zu setzen lasst uns da mal schauen du musst du jetzt nur wieder rüberfliegen mit dem einen steine ja das was von der hand test bei stück davon ja eigentlich nicht weil wenn ich jetzt stein drunter legen ist das so ja sie sind ja beide gleich groß und ich habe ja nun ganz spalt kleinen spalt nur von unten da oben im raum aber ach so ist das weg ja deshalb vermute ich dass wir irgendwie noch was anderes holen müssen aber komischerweise steht da eins und zwei weshalb steht denn eins und zwei egal ne ja weil ich fliege und du fliegst oder moment und Aber wir müssen später beide gleichzeitlich rüberfliegen können. Ich fliege mal auf Platz 2 rüber, ich will mal was testen. Hä? Fahr dir mal kurz. Das heißt, ich muss dich hier rot setzen. Ja, du kannst noch einen zweiten Würfel. Die Würfel sind gar nicht mehr da. Versuch mal in mein Loch rein. Hast du mal so, als du verlangst von mir. Ja. 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 Ja.